Herzlich willkommen bei Electric Drive, dem YouTube-Kanal zum gleichnamigen Printmagazin. Ich möchte euch jetzt zusammen mit Jens den neuen ID.7 GTX präsentieren. Genauso sieht es aus und damit auch ganz liebe Grüße aus dem Backoffice. Wir bleiben heute genau bei diesem Sondermodell. Weitere Infos haben wir euch schon geteilt und die Videos hier oben verlinkt. Jan nimmt gleich Platz. Wir sprechen über die Highlights in Sachen Ausstattung und stellen uns zwischendurch auch Fragen. Die dürft ihr uns auch gerne beantworten. Schreibt uns dazu einfach in die Kommentare. Was macht den GTX rein optisch zum Sondermodell? Sprechen wir zunächst einmal über die Äußerlichkeiten. Ein spezifischer Stoßfänger. Der steht im Auto für ich besonders gut und ich mag auch das beleuchtete Logo. Ich frage mich ja, was Jens zu den schwarzen Felgen hier beim roten Auto sagt. Passt ihm das? Macht aber auch einen guten Eindruck, denn der GTX-Schriftzug hier auf der Tür, der ist ja auch schwarz. Im Prinzip spiegelt das Heck so ein bisschen die Front. Auch hier haben wir das beleuchtete Logo natürlich in rot und es muss ja auch immer im Zusammenhang mit dem Lichtband platziert werden. Im unteren Bereich die schwarze Wabenstruktur wieder, das schwarze GTX und ich finde auch hier bei der Limousine sieht das Heck so richtig klasse aus. Ich mag schwarze Felgen, egal zu was für eine Außenfarbe. Nur bei den schwarz glänzenden Flächen bin ich mir persönlich nicht so sicher. Aber ich muss gestehen, der VWi D7, eigentlich egal ob GTX oder nicht, ist für mich gerade das attraktivste rein elektrisch angetriebene Elektroauto von Volkswagen. Bevor wir gleich zu den technischen Daten kommen, werfen wir aber gemeinsam noch einen Blick in den Innenraum. Rot und schwarz, nicht nur außen. Außen könnt ihr es euch noch wegkonfigurieren, im Innenraum nicht. Da gehören rote und anthrazitfarbene Elemente einfach zur Serienausstattung und es gibt dem Auto natürlich auch im Innenraum sportliches Feeling. Das ganze Ambiente hier lädt mich ein, mich sportlich zu fühlen, wenn ich es auch nicht wirklich bin. Das System ist nochmal aufgewertet worden. Unter anderem gibt es jetzt eine Wellness-Funktion, wo ich hier diverse Programme abfahren lassen kann. Die beeinflussen dann unter anderem die Massagefunktion, aber auch das Ambient Light. 30 Farben bietet die Ambiente-Beleuchtung. Sonst gibt es hier natürlich alles, was man sich vorstellen kann. Um was aktuell State-of-the-Art ist, teilweise auch noch als Function-on-Demand. Kommen wir daher zum vorläufigen Datenblatt des VW ID.7 GTX als Limousine. Der Formotion Allradantrieb verfügt über eine Systemleistung von 250 Kilowatt. Aus dem Stand beschleunigt diese elektrisch angetriebene Limousine binnen 5,4 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit wird zugunsten der Reichweite sowie der Sicherheit auf 180 kmh begrenzt. In Sachen Ladegeschwindigkeit nimmt Volkswagen so langsam richtig Fahrt auf. Bis zu 200 Kilowatt Peak Ladeleistung sind möglich. Nach 26 Minuten sei der Akku von 10 auf 80% State-of-Charge wieder aufgeladen. Damit könnte der VW ID.7 GTX als Limousine dann ca. 415 km weit kommen, denn die WLTP-Reichweite wird mit maximal 595 km bei der Limousine angegeben. Das liegt nicht in etwa an einer Reduzierung des Verbrauchs, sondern an der Tatsache, dass die vier neuen ID.7 Modelle Pro S und GTX jeweils als Tourer und Limousine mit einer neuen Batterie ausgestattet werden. Diese Batterien bieten nun eine Netto-Kapazität von 86 Kilowattstunden, sprich irgendwo haben die pfiffigen Ingenieure noch ein Zellmodul mehr untergebracht. Der GTX verfügt ebenso über ein Thermomanagement, sprich der Akku kann vorkonditioniert werden. Dies funktioniert wahlweise über den Routenplaner oder aber auch manuell. Der Allradantrieb spielt seine Vorteile nicht nur in Sachen Traktion aus, sondern auch bei der maximalen Anhängelast. Die liegt bei den GTX-Modellen nämlich bei 1400 Kilogramm. Durch den Einsatz einer ASM-Maschine, sprich der Asynchronmaschine an der Vorderachse mit einer Peakleistung von 80 Kilowatt, spielt Volkswagen gleich einen weiteren Trumpf aus. Denn wenn das Fahrzeug diesen Antrieb nicht benötigt, dann verbraucht er kaum Energie. Der AKA 150 wird daher gerne als Zusatzantrieb eingesetzt. An der Hinterachse kommt der inzwischen aus dem Konzern bekannte APP 550 Elektromotor zum Einsatz. Eine Permanent-Magnet-Synchronmaschine, auch gerne PSM abgekürzt. Die Kraftverteilung wird elektronisch geregelt und natürlich gibt es spezielle Fahrmodi. Aber über die sprechen wir, wenn wir das Fahrzeug auch einmal bewegen dürfen. In zwei Tagen startet der Vorverkauf und wir haben bereits heute alle Basispreise für euch. Beim ID.7 Pro S geht es los ab 58.955 Euro. Beim ID.7 Tura Pro S, sprich dem Kombi mit der größeren Batterie, sind es 59.785 Euro. Gehen wir rüber zum GTX, dann kostet die ID.7 GTX Limousine 63.155 Euro und der Tura, also der Kombi 63.955 Euro. Und nun gebe ich zurück zu unserem unbezahlbaren Jan. Ich danke Jens für die ganzen Fakten, dem Eckhardt fürs Einfangen der Bilder und euch da draußen natürlich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr könnt uns einen Daumen nach oben geben. Habt ihr Fragen, stellt sie unten in den Kommentaren. Und lasst uns doch mal wissen, wie ihr hier die Farbe findet und die ganze Zusammenstellung dieses Autos, das wir euch hier heute präsentieren können. Abonniert am besten noch Electric Drive. Ich verabschiede mich jetzt wie immer und sage, bleibt gesund da draußen. Tschüss, bis dann. Euer Jan. Ich weiß, dass ihr da draußen. Ich weiß, dass ihr da draußen ist. Wo ist das auch schon keine Ahnung? Ich weiß, wie ihr da draußen ist. Untertitelung des ZDF, 2020